Köln, deutsche Presseagentur, Minuswitze über den russischen Präsidenten Vladimir Putin zu machen kann nach Meinung von Caroline Kebekus eine befreiende Wirkung haben. Komiker zu sein ist ja in vielen Situationen recht unnütz aber manchmal ist es auch ganz gut, mal kurz über eine Situation zu lachen die einem so eine Angst macht und dann auch festzustellen okay die anderen finden denn auch scheiße wir sind alle auf einer Seite, das kann gut tun, sagte die Komikerin der deutschen Presseagentur in Köln. Gleichzeitig sei es ermutigend sich klar zu machen dass man in einem freien Land lebe in dem solche Witze möglich seien. Ich kann Witze über Putin machen und niemand bestraft mich dafür. Der russische Präsident reagiere wie ein ausgerasteter Ex-Freund sagte Kebekus. Es ist so eine gekränkte unberechenbare Männlichkeit dahinter. Das habe durchaus Witzpotenzial. Was ich mich immer frage, was sind seine schwachen Momente? Er ist ja in jedem Fall total eitel. Er hat ja auch Fille und Botox und hat sich glaube ich die Oberlieder strafen lassen. Wie schlimm ist das wenn du derjenige bist der ihm die Fille reindrückt. Einmal verspritzt und dann kommst du ins Straflager. Ich stelle mir auch vor wie er da sitzt und sich überlegt, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich möchte gern ein bisschen mehr glo. Auf den russischen Angriff auf die Ukraine habe sie mit Unglauben reagiert schilderte Kebekus. Ich bin damit aufgewachsen, dass meine Großeltern den Krieg erlebt haben, dass es ganz furchtbar war und ich bin aber in einer Welt geboren, wo mir gesagt wurde, wir haben jetzt alle beschlossen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Wenn ich früher meine Oma gefragt habe, kommt das wieder? Minus dann kam da als Antwort, nein das geht gar nicht. Ich bin schon wie ein kleines Kind gewesen, das sich sagt, Moment mal wir haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Copyright Deutsche Presse Agentur Info com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 2204 1 1 99 8 7 6 6 4 3 2 Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.